Ich bin im Dezember 1978 in der schönen Pfalz geboren und habe dort auch die Jugendjahre verbracht, bis ich natürlich dann einen Beruf erlernen wollte und dann hat es mich tatsächlich nach Jena gezogen, wo ich BWL studiert habe. Das ging total in die Hose, war total falsch und habe dann zufällig im Internet Theaterstücke entdeckt. Bekommen die zu lesen und beim Nebenjob, den ich da hatte, bin dadurch für Theater begeistert worden. Und habe dann beschlossen, okay, ich werde nach Berlin gehen, Literatur studieren und trotzdem versuchen, Schauspieler zu werden. Und jetzt bin ich hier und so schnell gehe ich auch nicht mehr weg. Wenn ich nicht gerade im Theater bin, um zu proben, zu arbeiten, zu spielen, dann spiele ich Fußball. Ich bin darüber hinaus leidenschaftlicher Fußballfan und mein Herz gehört dem 1. FC Kaiserslautern. Wenn die jetzt gerade nicht spielen und ich nicht spiele, dann bin ich zu Hause und höre Hörbücher. Und da reicht mal ein Spektrum von den Klassikern bis hin zu Perry Rowan. Es gibt Leute, die denken Fußball, da geht es um Leben oder Tod. Du siehst, ey, es geht um Bier. Fußball ist Kampf, Leidenschaft und alles. Es ist halt nicht so ein bisschen quatschen und nett rummachen. Das ist hier. Kampf. Entweder gewinnst du oder verlierst du. Es ist scheißegal. Oder du hast Fritz Walter. Dann spielst du wie ein Ritter. Ich will Geschichten erzählen. Deswegen mache ich den Beruf. Deswegen habe ich diesen Beruf ergreifen wollen. Und ich merke bei der Arbeit, dass an jedem Stück, hinter jedem Stück, hinter jedem Drehbuch, da stecken Schicksale von Menschen. Und das ist das, was mich daran interessiert. Und bei dieser Arbeit merke ich immer, egal wo ich hingehe oder wo ich bin, es zieht mich immer dort zurück, wo ich herkomme, an dieses Dorf. Weil ich dort so viele Schicksale miterlebe, deren Geschichten müssen erzählt werden. Und jede Arbeit gibt mir die Chance, so eine Geschichte zu erzählen. Weil, was ist ein interessanter, trauriger, lustiger, heiterer, spannender als das Leben von Menschen? Oder was denen passiert in ihrem Alltag? Und aus diesem Grund will ich nicht viele Geschichten erzählen. Ich bin ein Comic. Ich bin ein Aktor. Ich will arbeiten. Das war Spanisch. Ich melde mich dann. Ja. Der muss dringend durchgekehrt werden. Dafür müssten die Sachen weg. Ob sie wohl so nett werden? Ich kann grad schlecht. Toni, ja. Seit wann sind Sie zum Rollstuhl? Kein Rollstuhl? Ich wusste nicht, dass Sie... Ich muss weiterarbeiten. Du wohnst unter anderem der schönsten Dächer Hamburgs, die Stadt der Hafen, das liegt dir ja nicht zu Füßen. Du musst nur raus aus diesen Fällen. Nein, Philipp! Philipp! Der Schervene nimmt über dir die Weite der Welt und du weißt gar nicht, was dir entgeht. Und außerdem mit einem Staunensteinfieger an deiner Seite kann dir nichts passieren. Und die Schwimmhalle? Ich bin jeden Abend da. Nicht immer noch. Was ist aus deinem Olympia-Traum geworden? Aber ich bin nur Sagiger. Lass uns mal wieder zusammen hingehen. Ja, ich bin auch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Jaz, ich bin auch sicher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und den letzten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.